Egal was man erreichen will, egal was man tut, am Ende muss man es mit einer Leidenschaft tun, schon wird man nicht erfolgreich sein. Ich habe in Kaiserslautern Raum- und Umweltplanung studiert und hat mir jemand erzählt, in Bad Dürkheim suchen so jemanden, der macht so was wie das, was du studiert hast. Dann habe ich 2009 den Bereich Tourismus übernommen und in den letzten Jahren dann auch noch das Thema Großveranstaltungen. So eine Weiterentwicklung von einer Stadt ist eine permanente Aufgabe. Es wird immer darum gehen, den Anforderungen, die die Gesellschaft an uns stellt, gerecht zu werden. Und es ist ein permanenter Prozess, das macht es ja auch so spannend. Ich habe das Glück in meinem Leben, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir unheimlich viel Spaß machen, die ich mit Leidenschaft erfülle und für die ich am Ende auch dann brenne. Mein Name ist Markus Brill. Ich leite die Bereiche Wirtschaft und Tourismus der Stadt Bad Dürkheim in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und für was mein Herz sonst noch brennt? Ich bin Schiedsrichter in der deutschen Eishockey-Liga.